Hallo zusammen, hier ist wieder Hoteller und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine kleine Folge von meinem Collection-Update präsentieren. Und heute wollen wir uns mal angucken, was ich so die letzte vergangene Woche an Collectable-Stuff mir geholt habe. Und wir wollen heute ordentlich shoppen gehen. Ich habe ja eine Weile Anima gehortet mit meinem Main. Und ich würde sagen, heute hauen wir mal alles raus und wir gucken auch an, wie viel habe ich auf der Bank liegen. Ich weiß es selber nicht. Es wird interessant für mich und ich hoffe auch für euch. Und ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt shoppen gehen, gucken wir uns jetzt mal als allererstes an, was wir quasi in der vergangenen Woche Plus gemacht haben. Ich werde jetzt nicht mehr so genau auf alles von meiner Collection eingehen. Das habe ich im ersten Teil gemacht, der letzte Woche kam. Schaut euch den an, falls ihr den verpasst. Der geht, glaube ich, eine Stunde und irgendwas, wo ich wirklich im Detail auf alles, alles eingegangen bin. Ich schaue gerade noch mal eine Stunde 20 und deswegen wollen wir das heute ein bisschen kürzer haben, dass der Teil auch ein bisschen kürzer wird. Okay, wo waren wir letzte Woche stehen geblieben? Wir hatten letzte Woche am Ende noch fehlende Items. Das ist 1.584, was 97,89% entspricht. Und jetzt fehlt mir noch 1.494. Ich habe fast 90 Items plus gemacht oder 90 Sachen plus gemacht. Das ist doch einiges. Und ja, wir haben über 0,1% plus gemacht. Ist auf jeden Fall eine nette Angelegenheit. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den Achievements an, was ich da gebastelt habe. Mir fehlen ja jetzt noch, lass mich mal rechnen, 3, 7, 17 Erfolge. Dann habe ich zumindest alle, die ich jetzt hier mit meinem Neck-Color-Char haben kann. Es gibt bei den anderen Covenants auch Achievements, die werden aber halt bei dem Char nicht angezeigt. Ist ein bisschen blöd, habe ich im anderen Video aber auch schon mal ausführlich erklärt. Was haben wir fertig gemacht? Natürlich die ganzen Neckrolord-Achievements. Das hatte ich ja schon angekündigt. Sobald ich mein Gebäude hochbasteln kann, konnte ich die Achievements machen. Heißt, ich habe halt alle Gebäude oben, dann das Special-Gebäude auf 5, dann das Meta-Achievement für die Neckrolord-Achievements, alle Anhänger einmal gebaut, alle Sachen gebastelt hier. Das ist tatsächlich Mehraufwand. Und dementsprechend, wenn wir jetzt hier runterfahren, sind es tatsächlich nur noch Level 1 Anhänger auf 60, dann Bastel 3 Seelenbande auf 60 und diese im Schlund-Szenario-Geschichten, da Schlund-Missionen. Da ist übrigens gerade eine ab, die habe ich losgeschickt. Hier, Dravox-Plan, also eine, ich hoffe, die klappt. Das wird relativ eng. Ich hoffe, mein Ellon enttäuscht mich nicht. Dann hätten wir da wieder eine abgehakt. Und wenn wir gleich mal reingucken, wie hoch meine Typen jetzt sind, also meine Seelenbande, der eine ist auf 56, 55, 52. Ein bisschen habe ich sie, glaube ich, zum letzten Mal hochgelevelt. Ich glaube, 1, 2 Level alle. Ich schicke die durchgehend los, aber man braucht so viel EP. Ich brauche fast 21k EP, um ein Level zu machen. Also das zieht sich leider so ein bisschen. Genau, das sind die drei Sachen noch. In Torghast hat sich nichts geändert. Und das andere waren ja dann dementsprechend hier die Raided Chiefs. Ich bin ja im Moment nicht im Mythic Raiden. Das müssten wir noch machen. Also das sind die 17er-Folge, die fehlen. Dann können wir gleich mal weitergucken. Hier Spielzeuge. Mir hatten letzte Woche noch insgesamt drei Spielzeuge gefehlt. Jetzt sind es nur noch zwei, die hier angezeigt werden. Ich habe mir das im Konservatorium der Königin eben geholt. Ist auch schon der Toy-Guide quasi mit aufgenommen. Und da gab es quasi so ein Meditationstoy, wo man halt sieben Wochen lang hintereinander eine Quest machen musste. Und dann hat man das Toy gekriegt. Das konnte ich jetzt abhaken. Dann die Geschichte im Embercourt von meinem anderen Twings, der bei den Ventil ist. Werde ich wahrscheinlich nächste Woche holen können. Und das ist halt ein Random-Drop, der in den Glockenkisten in der Bastion ist. Gerade ist wieder das Event. Eventuell habe ich mein Glück die nächsten Tage. Mal schauen. Toys hat sich nichts geändert. Da sind es immer noch Pets. Sorry, pardon. Hier einmal Pets sind es immer noch sieben. Da werde ich mir so nach und nach die kaufen, wenn sie günstiger werden. Bei den Mounts hat sich ein bisschen was geändert. Da hatte ich vorher noch 26 fehlende. Jetzt sind es nur noch 21 fehlende. Und dazu machen wir vielleicht hier wieder die Simple Armory auf. Ich finde, da sieht man es ein bisschen schöner. Was habe ich mir geholt? Ich habe mir zum einen das Rätsel-Mount. Jetzt muss ich bloß schauen, welches Hundemount das ist. Ich glaube, es ist das einfach. Ähm, ne, das ist es nicht. Das hat eine Drop-Chance. Okay, irgendwie sehe ich es jetzt hier nicht. Ist es Achievement? Ne, Achievement ist es auch nicht. Ja, okay, keine Ahnung, ob das hier überhaupt drin ist. Auf jeden Fall habe ich das Rätsel-Mount, das ich mir letztens schon geholt habe, bloß das Video nicht dazu gebastelt hat. Das habe ich jetzt gelernt. Das ist eins, was wegfällt. Dann gab es für die, ähm, Achievements in der Necrolord, ähm, Paktzentrale quasi bei der Monstroitätenfabrik, bei zwei Achievements jeweils ein Mount, die habe ich mir geholt. Und dann konnte ich mir noch ein Mount quasi mit dem Fünfer Monstroitätenfabrik craften. Das hat relativ viel Anima gekostet, ja. Und dann habe ich noch die Fledermaus heute tatsächlich bekommen. Ähm, diese drei Mounts, ne, die man bei allen Covernants gegen Anima kaufen kann. Ähm, nur nicht bei den Night Fee, habe ich wieder aus dem Samen rausgekriegt, ne. Ich versuche ja, die alle aus dem Samen rauszukriegen. Da muss ich kein Anima zahlen, ne. Weil ob ich jetzt bei Necrolords 20.000 Anima für alle zahle oder bei, ähm, quasi den Night Fee auf Luck, gar nichts, ne. Jetzt habe ich schon drei Stück rausgezogen und habe null Anima dafür gezahlt, kann ich das Anima für andere Sachen verwenden. Ist ganz schön. Und ja, bei den anderen Sachen sind wir auf jeden Fall dran. Genau, also ich kann euch nochmal das mit den Achievements zeigen. Ähm, Moment, dann machen wir das so, dann kommen wir schneller rein. Ähm, sowohl hier gab es einen Mount, ne. Bei T-Belohnung als auch für einen Meter gab es einen Mount. Und dann konnte ich mir halt noch eins herstellen. Das sind dann insgesamt die fünf Mounts. Genau. Dann, ähm, gehen wir mal weiter. Das haben wir ab. Sets ist gleich geblieben. PvP ist auch gleich geblieben. Ein Reiter ist hier rausgefallen und zwar Secrets. Das war halt dieses Schlund-Mount. Das ist quasi, ähm, damit jetzt raus. Dann bei Flightparts, ähm, ist jetzt hier einer weniger drin. Liegt einfach daran, dass ich mir einen Rogue gelevelt habe. Also ich habe ja einen Haufen Chars auf, ähm, Stufe 50, ne. Und jetzt habe ich mir mal den Rogue gelevelt, weil ich noch Transmog-Teile in Shadowlands farmen will. Ähm, Dolche mit Aki quasi. Und die kannst du halt nur bei Personal Loot mit einem Schurken bekommen. Mit keiner anderen Klasse. Und da die halt beim Druid als Transmog trotzdem drin sind, brauche ich halt diesen Schurken, um die Teile zu holen. Und ich, ich bin auch noch dabei, mir einen Worry zu leveln für die ganzen Stärkesachen, weil die kann ich mit dem Druid ja auch nicht kriegen, genau. Und mit dem besagten Rogue bin ich, habe ich einfach zu den Ventir, äh, habe ich den da hingesteckt, ne. Unter anderem, weil mein jetziger Ventir-Char ist zwar auch ein Legerträger, aber es ist ein Monk und der kann eigentlich alle Transmog-Sachen Waffen tragen, wie mein Druid auch, bis auf Dolche nicht. Und deswegen dachte ich mir, ah, ich habe einen Dolch-Char, äh, bei den Ventir kann ich mir alles außer Dolche holen mit meinem Monk. Dann stecke ich den halt auch zu den Ventir. Wahrscheinlich ist das für den Rogue Ventir der Kack-Covenant, aber ich will mit dem ja eh nichts Progress-mäßig Schweres spielen. Also ist mir das relativ, relativ egal in derlei Hinsicht, genau. Also deswegen haben wir da einen Flugpunkt weg, weil ich dementsprechend jetzt auch auf dem Main-Account einen Ventir-Char out habe. Der Monk ist auf dem Sekten-Account, deswegen hat das vorher nicht reingezählt hier im All the Things, genau. Irgendwann muss ich jetzt mal noch einen Adenwald-Char basteln oder mit dem Main hier switchen. Ähm, genau. Dann haben wir Erweiterungs-Features. Da ist relativ viel rausgeflogen. Da sind nämlich jetzt insgesamt 50 Sachen ins Plus gegangen. Unter anderem, ähm, habe ich ein, zwei Waffentoken noch gekriegt und konnte, ich glaube, bei meinem Night-Feature noch einen Waffentoken einlösen. Aber, ähm, weil ich halt auch mit dem, ähm, mit dem Rogue quasi bei den Ventir am Anfang die Quests ein bisschen machen musste und da natürlich auch Quest-Sachen drin sind. Seht ihr, diese ganzen Quest-Sachen, die ich zwar auf dem zweiten Account schon gemacht habe, aber das zählt natürlich dann hier nicht rein, weil das ja nur immer ein Account scannen kann mit Quests zumindest. Und da sind halt einige Sachen rausgeflogen. Ähm, ja, dementsprechend sind da jetzt halt 50 Geschichten raus. Und was natürlich auch noch, äh, gut was rausgeflogen ist, hier die ganzen Achievements. Es hat mir ja, hier diese ganzen Unter-Achievement-Punkte, hat mir das jedes als einen, einen Teil getrackt, ne. Also wenn ich dann den Achievement abschließe mit, äh, 30 Unterpunkten, dann fliegen da halt auch 30 Punkte raus. So viel waren zwar nicht mehr offen, aber, äh, das summiert sich tatsächlich zusammen. Also es sind gar nicht so viele Sachen gewesen. Das meiste waren Quests, beziehungsweise tatsächlich, äh, so Achievement-Untergeschichten. Deswegen brauchen wir da jetzt eigentlich nicht mehr so genau reingucken. Was ich aktiv weggemacht habe bei Erweiterungsfeatures, war da vorne, davor noch zwei Quests in der Garnision. Da musste ich einfach nur das Gladiator-Gebäude einmal bauen und dieses Ingenieurs-Gebäude dann einfach eine Quest einnehmen. Konnte ich einen Arbeitsauftrag, glaube ich, erstellen und dann quasi wieder, äh, ja, dann war es das quasi, ne, mit den Gebäuden. Jetzt ist das rausgeflogen und dementsprechend ist jetzt nur noch BFA mit einem Item oder mit einer Quest drin. Die muss ich jetzt mal demnächst machen, wenn ich Zeit habe, ne. Und halt das aktuelle Shadowlands-Zeug. Dann bei Erfolgen ist natürlich auch einiges weggegangen. Das sind ja die Sachen, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Ähm, Weltbeute hat sich nichts geändert. Solange die Sachen so teuer sind, kaufe ich mir die auch nicht immer. Vielleicht den Rücken, ne, für 20k wäre ja okay, aber hier eine Waffe für 70, 80k ist, die ich dann halt nur einmal anlege fürs Transmog zum Zählen und dann wieder verkaufe. Wäre es halt ein bisschen schade drum. Ähm, dann bei Außenbereichen sind tatsächlich auch zwei Sachen rausgeflogen. Ich war ein bisschen mit meinem, ähm, Schurken dann auch in Dungeons unterwegs. Ich habe den mittlerweile sogar auf 60 gelevelt. Und manche von diesen Transmog-Sachen, ähm, haben dann auch bei meinem Rogue, äh, also die quasi in den Instanzen droppen, sehen auch so aus wie manche Sachen, die bei Rares droppen. Und dann sind die halt zusätzlich mit rausgeflogen. Das wären die zwei Sachen gewesen sein. Und dann bei Dungeon und Schlachtzügen, ähm, da sind hauptsächlich jetzt hier aus den, ähm, Shadowlands Dungeons einiges rausgeflogen. Und zwar, wie gesagt, ich war sowohl mit meinem Druid als auch mit dem Rogue Instanzen unterwegs. Ich habe den Rogue nur mit Instanzen gelevelt. Und jetzt, ähm, fliegt da halt hier auch einiges tatsächlich dadurch raus, weil es ja hier immer so ist, dass dementsprechend das Transmog, Gott sei Dank, ähm, NHC, HC und im Mythic gleich ist. Und wenn ich einen Dolch, ähm, im NHC kriege, dann fliegen halt immer drei Sachen raus, ne? Und jetzt seht ihr zum Beispiel hier, da ist jetzt noch eine Stärkewaffe. Ich habe jetzt auch angefangen, den Worry zu leveln. Der ist jetzt auch schon auf, ähm, 52, meine ich. Der Rogue ist auf 60. Aber ich habe noch nicht alle, alle Dolche. Hier fehlt mir noch ein Dolch zum Beispiel. Blutige Hallen, da fehlt mir noch, äh, jetzt der eine Dolch. Ich, dann im Nebel, da fehlt mir noch eine Heilerwaffe, die kann ich mit dem Druid holen. Nekrotische Schneise, da fehlt mir noch eine Stärkewaffe, muss ich mit meinem Worry rein. Dann Spitzen, da fehlt mir noch, oh, das könnte ich auch mit meinem Druid machen, das ist ein Agi-Stab. Dann Hallen, da habe ich eine Heilerwaffe, äh, ein Heiler-Schildhand, oder? Das kann ich auch mit dem Druid farmen. Seuchensturz, ja, Seuchensturz ist echt, ist echt richtig ätzend, ne? Ich war, ähm, ungelogen die letzten, letzte Woche, ich glaube, 20 Mal Seuchensturz mit meinem Rogue. Und dieser Scheißdorch, ich muss es so sagen, der will ums Verrecken nicht droppen. Also, wer im Stream dabei war, der, äh, kann das, den, äh, das Leid nachfühlen. Also, das, ich weiß nicht, keine Ahnung, das will einfach nicht droppen. Seuchensturz ist so eine Drecks-Inni. Vor allem, die kannst du halt, ähm, vom Start an laufen, ne? Du kannst vier Instanzen quasi mit, mit 50 schon laufen. Und die anderen vier Instanzen, die kannst du halt erst laufen, wenn du 60 bist. Und das ist halt eine von denen. Ich habe halt nur über vier Instanzen die ganze Zeit hochgelevelt, die 10 Level, ne? Und ich habe diesen Dolch nicht gekriegt. Und ich habe dann auf 60 die Instanz durchgehend gespammt. Und ich habe es auch nicht gekriegt. Bis, bis drei, vier in der Nacht habe ich nur die Instanz gespammt. Ne? Keine Chance, das Ding zu kriegen. Ja, mal gucken. Vielleicht das nächste Woche noch. Und, ähm, hier im Theater brauche ich jetzt auch noch eine Heilwaffe. Also, es ist eigentlich immer nur noch ein einziges Teil pro Instanz. Außer solchen Sturz. Und solchen Sturz scheint irgendwie so ein Loch zu sein. Da muss ich dann sowohl mit einem Stärke-Char rein, als auch mit meinem Schurke. Und, ähm, hier auch noch eine AG-Waffe. Also kann ich auch noch mit dem Jewelt reinrennen. Also, das, ähm, hört sich auf jeden Fall nach Spaß an. Ähm, dann muss ich gerade überlegen. Ich glaube, im Nihaloth, äh, Nihaloth würde ich sagen, im Schloss Nafria habe ich, glaube ich, auch noch mal irgendwie einen HC-Teil in der Mythic, äh, Weekly Chest drin gehabt. Das habe ich sogar angelegt. Also habe ich nicht das 226er-Item genommen, sondern, war das das hier? Ich meine, das könnte, doch, das könnte das hier gewesen sein, ne? Da habe ich dann einfach so ein Teil genommen. Das war bloß zu 13. Aber es war trotzdem ein kleiner Upgrade. Und es hat mir Transmog gebracht. Das andere wäre, glaube ich, ein 226er-Ring gewesen. Äh, der hatte aber Kack-Stats drauf. Dann dachte ich mir, komm, normalerweise hätte ich den Ring nehmen sollen, aber der Ring bringt keinen Transmog. Dann habe ich halt auf Item-Level verzichtet und lieber so ein bisschen, so lieber ein bisschen das Transmog teilgenommen. Genau. Das ist jetzt soweit der Endstand. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal an, was, wo ich selber, muss ich sagen, schon eine Weile darauf warte, dass wir endlich mal unser Anima aufbrauchen. Ich hatte ja letzte Woche 35.000 Anima, ne? Ähm, da eingezahlt. Jetzt sind es nur noch 12.500. An was liegt das? Für das Endgebäude musste ich, glaube ich, hier, habe ich da 20.000 oder 15.000 gezahlt? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall viel. Wann 15.000, meine ich, ne? Dann, ähm, in der Monstrositäten-Fabrik, da gab es ja das Mount zum Herstellen. Das hat, glaube ich, 3.500 gekostet. Dann musste ich mir für eine Quest nochmal irgendwas mit 2.000. Ähm, lauter so Sachen. Das hat sich richtig aufsummiert. Jetzt sind meine 35k, ohne dass ich mir Großtransmog gekauft habe, auf 12.000 runter. Nichtsdestotrotz haben wir ja seit x Wochen auf der Bank Anima, das nicht angezeigt wird, weil es rumbackt. Sehr schön, okay. Aber es ist auf jeden Fall viel, glaubt es mir. Ich habe seit x Wochen gespart. Es müsste auch von der Bank einzahlbar sein. Ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach her, ähm, kaufen uns jetzt mal einiges, bis wir kein Anima haben. Und dann gucken wir mal, wenn wir das von der Bank holen, was dabei rumkommt. Ich habe auch, ähm, genug dankbare Gaben, wie ihr seht. Also, warte mal, können wir es vielleicht größer machen, dass man es vernünftig sieht. Also, ähm, ich habe 8.000, äh, 8.000 wäre schön, 879. Ich habe mir das mal grob zusammengerechnet. Ich glaube, irgendwas zwischen 6, 700 brauchst du, dass du alles kaufen kannst mit dankbaren Gaben. Also, dankbare Gaben müsste ich weitaus genug haben. Alles kann ich mir sowieso nicht kaufen, aber zumindest schon mal einiges. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hier vorne, die Sachen habe ich mir schon geholt, den Dolch hier auch. Dann würde ich sagen, kaufen wir das mal. Dann das hier. Das hier. So, jetzt haben wir nur noch 2.000. Das war jetzt schon mal teuer. Wir müssen das bloß einmal anlegen. Dann können wir es nämlich wieder beim Händler verkaufen. Sonst will das Ganze immer nichts. So, okay. Das haben wir. Jetzt hauen wir das einmal. Achso, das will der Händler gar nicht haben. Okay, das können wir jetzt löschen. Das ist unser Invent. Dann hätten wir es gar nicht anlegen brauchen. Okay, never mind. Never mind. Okay, die Stangenwaffe. So, das auch weg. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist jetzt noch ein Teil, aber wahrscheinlich sogar noch mehr, weil manche Waffen werden hier nicht vernünftig angezeigt. Der Stab oder... Ach stimmt, nein. Ich habe mir den Dolch ja schon mal gekauft. Hier gibt es nämlich noch einen extra... Also, es gibt zwei Dolche, wie ihr seht. Eins, zwei Dolche, ne? Die haben auch ein unterschiedliches Aussehen. Also, der eine ist gekrümmt und der andere ist gerade. Wenn ich jetzt aber nur den Druid reinmache, dann wird nur ein Dolch eingezeigt. Warum ist das so? Einer von den Dolchen ist halt, obwohl er keine Stats hat, unterbewusst getrackt als Heiler oder Int-Dolch und der andere ist als Agi-Dolch getrackt. Und ein Druid kann in keinem Speck sinnig einen Agi-Dolch benutzen, weil es eine Einhand-Agi-Waffe macht keinen Sinn für einen Druid. Du hast immer eine Zweihand-Agi-Waffe, ne? Und dementsprechend wird deswegen auch nicht aufgezeigt. Selbst, obwohl es nur ein Transmog-Item ist, wird mir das quasi nicht aufgezeigt, weil es eigentlich kein sinniges Gear-Item wäre. Das ist ein bisschen dumm, aber sowas muss man missen. Und das ist bei vielen Klassen so, ne? Deswegen muss man da einmal umschalten auf alle Klassen, dass man sich wirklich alle Transmog-Sachen holen kann. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Gucken wir mal, was wir an Anima einzahlen. Es müsste von der Bank auch das Zeug holen. Also, ich schätze, zwischen 10 und 20k müsste es auf jeden Fall sein. Ich hoffe, es ist über 20k. Gucken wir mal, einzahlen und... Okay, wir haben mehr als ein Cap. Ich habe 2k drauf gehabt und wir sind wieder im Cap. Also, es ist mehr als Cap auf der Bank gewesen. Gut. Ich habe so ein bisschen gehofft, ne? Ich wollte aber nicht zu hoch schießen. Nicht, dass ich sage, ah, ich habe hier Cap auf der Bank. Dann post rein, dann sind es 10k. Wäre ein bisschen peinlich geworden. Okay, es war mehr als Cap. Sehr gut. Dann können wir uns hier nämlich noch das Teil kaufen. So, und jetzt müsste eigentlich der eine Händler, der hier, aus dem All the Things verschwunden sein. Jetzt müssen wir mal kurz reingucken. Jetzt müsste nämlich ein Händler weniger drin sein. Vielleicht hätten wir uns vorher gucken sollen, wie der Händler heißt. Achso, ja gut. Der heißt der Rächer, aber Rächer ist nicht mehr drin. Okay, das ist doch schon mal sehr gut. Schon mal sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, dann kaufen wir hier einfach bei der nächsten schon mal ein. Hier bei E hier haben wir das Toy schon gekauft, das Mount haben wir schon gekauft, das Pad und die anderen Mounts haben wir auch, ne? Was wir uns holen können, ist die Waffen-VZ quasi, dieses Waffen-Transmog-Ding. Das holen wir uns jetzt einmal. So. Und dann würde ich sagen, kaufen wir hier so nach und nach mal ein. Ich weiß nicht, ob ich hier die Lone-Sachen mal drin lassen soll, falls ich noch einen zweiten Schar hier irgendwas mache. Ah, jetzt kaufen wir einfach mal ein. Eins, zwei, drei, vier. Sechs, sieben, acht. Brauchen wir das noch, oder? Neun. Zehne. Okay, ich weiß nicht, ob ich das verkaufen kann. Ich muss jetzt bloß ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich versehentlich, ähm, versehentlich mein Gear weghau. Nicht, nicht, also, das ist schon passiert, deswegen. Ich hab schon mal, äh, im Raid erste Mythic Progress, äh, gemerkt, dass ich mit irgendeinem Transmog-Zeug spiele. War, war ein bisschen peinlich, ne? Haben den Boss trotzdem gelegt, hatte dann einen 100% auf, äh, aufs Gear gerechneten Lock, aber das bringt dir natürlich nie sonderlich viel, wenn du da mit irgendwelchen Classic-Items spielst oder mit Sachen, wo keine Stats drauf sind. Deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen, sein Gear da wegzuhauen ist immer nicht so geil. Vor allem diese Gegenstandswiederherstellung, die buggt auch ganz gern mal rum bei mir, und, ähm, ja. Ja, so, jetzt schauen wir mal, dass wir jetzt hier, haben wir unser Gear wieder an, ja, Item-Level sieht halbwegs gut aus, wenn wir das jetzt verkaufen. Ah, schau mal, das ist ein guter Händler, da können wir das nämlich, also, hier das Zeug können wir anscheinend verkaufen, das andere nicht. Das sind ja alles Transmog-Sachen, ne? Die sind ja alle irrelevant, tatsächlich. Dann können wir den Stab löschen. Gut, jetzt schauen wir mal, wie viele Items wir haben. Also, wir haben die erste Seite alles, und hier haben wir jetzt alles bis auf 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, 6, 7. Jetzt gucken wir mal, äh, wir zahlen jetzt mal noch den Rest ein, was da noch rumkommt. Nochmal 7K, okay. Nochmal 7K waren da jetzt drin. Gucken wir mal, was wir uns hier noch holen können. Warte, dann ziehen wir das mal runter. Also, wie viel waren jetzt auf der Bank? Ähm, knappe 35, ne? Und dann 7 minus 2 sind 5, also knappe 40K hatte ich auf der Bank, ne? Plus die 12,5, die ich so noch hatte. Also, da ist doch einiges, was wir uns zusammen gespart haben. So, wir haben jetzt 7, irgendwas. Jetzt muss ich mal gucken, was wir uns noch am besten kaufen. Wir könnten uns die beiden Sachen noch kaufen. Hose und Brust. Ich hätte mir vielleicht das ganze Set als erstes erst kaufen sollen. So. Halt, ich muss es nur anlegen. Halt, Stopp. Stopp. Gut. Jetzt ist erstmal das Anima rausgehauen. Also, wir brauchen dann noch einmal den Stab und die, was ist denn das, Talie? Das sind zwei Sachen. Ähm, Schultern und Kopf. Das sind vier, ne? Jetzt gucke ich mal, was an Zweitwaffen hier noch drin ist. Ähm, ah, schau mal, der Dolch ist da noch drin. Der wird nicht angezeigt. Das sind ganz normal die, die Talie. Ah, schau mal, es werden noch Rückenteile, werden nicht angezeigt. Seht ihr das? Das sind, ähm, wahrscheinlich sind es halt Rückenteile für die anderen, für die anderen Sets, ne? Heißt für das Stärkeset, für das, äh, also für das Stoffset, ne? Für das Plattenset und das Kettenset, schätze ich mal. Ne? Das wird wahrscheinlich der Wappenrock sein, der zu dem, ähm, quasi zu dem Lederset gehört. Und der wird halt unterbewusst nicht an, oder unterdrückt angezeigt, ne? Aber man kann ihn trotzdem lernen, weil es ja ganz normal ein Rücken ist. Das hat ja keine Rüstungsklasse. Also es sind theoretisch noch, ähm, drei Rückenteile, ein Dolch zusätzlich. Und sonst war es das, was sind, was ist denn das an Anima, dass ich so ein bisschen einen groben Überblick habe, was ich noch brauche. Lass mal so grob wissen. Also das sind jetzt hier 3000, Moment, muss ich das, ich rechne das mal nebenbei kurz mit, 3500 plus nochmal 3500 Dolch und, äh, Stab. Dann habe ich, äh, 3000 hier einmal für, ähm, die Talie. Dann sind wir bei 10.000. Dann haben wir drei Umhänge, sind 3000, 4000, 4500. 4500, okay. Und dann haben wir noch den Kopf mit 4K und die Schultern mit 4K, also nochmal 8000 drauf, ne? Dann sind das insgesamt 22.000, ne? Ja, das summiert sich gleich mal hoch. Und ich denke mal hier, die, die Teile sind ja nicht viel. Das sind 50, 100, äh, 125, 35, 45, 55, 60, 70, 80, 85, 200, 25, okay, das reicht easy. Also das sollte kein Problem sein. Jetzt muss ich mal draußen gucken. Wir haben ja noch andere Sachen. Hier haben wir noch, ähm, die beiden würden theoretisch auch noch Anima kaufen, aber ich hoffe, dass ich mir das eine Maha kaufen kann. Ne, das kostet 1000 Anima und das ist hier 5000. Das kann ich mir aber das eine vielleicht bei einem anderen Covenant holen und, oder ich kriege es halt aus dem, aus so einem Samen raus, ne? Wie heute auch schon das andere Mount. Hoffe ich mal. Dann er hier hat es halt für 30.000, das Ding, ne? Das ist halt ziemlich ätzend. Die Teile sind halt, ähm, bei dem LFR-Händler. NHC-Mütig ist das. Das ist der Händler, wo ich gerade war, oder? Ja, genau, das ist der Händler. Warte mal. Hat er alle Items? Weil die Waffen-VZ hatte ich schon, genau. Jetzt sind da noch Stab, die drei Umhänge drin. Taille, Schulter, Kopf und Dolch. Genau, das passt. Und der letzte Händler, das ist der HC-Händler. Okay, also es sind jetzt eigentlich noch, ähm, drei Händler, die was für Anima brauchen. Wie gesagt, einen von diesen Anima-Händlern, ähm, den versuche ich, kann ich mir über andere Wege holen. Also da soll es nicht der, nicht der Stress sein. Aber dann wird es zumindest langsam absehbar. Also ihn hier, ne? Das ist das letzte Pad, was mir fehlt. Das kann ich mir mal haarkaufen. Kostet im Endeffekt so 20k, ne? Also da muss ich mal gucken. Und wie gesagt, das hier versuche ich halt über ein Konservatorium der Königin noch rauszuziehen. Sollte ich das nicht rausbekommen, bis ich die anderen Sachen habe, dann kaufe ich mir das noch, bevor ich einen Covenant switche, ne? Ich will ja mit meinem Main die ganzen Covenants durchswitchen. Das ist zumindest der große Plan. Okay, also haben wir gesagt, 22.500 Anima brauche ich noch für die Giersachen. Und dann haben wir noch natürlich hier die Waffe für 30.000, ne? Also, ja, sind es halt doch noch ein bisschen was. Sind insgesamt noch 52.500 Anima, die ich tatsächlich brauche. Was man halt auch noch überlegen könnte, diese Kisten sich zu kaufen. Da habe ich aber keine Ahnung, was da drin ist. Und dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht tue ich mir mal einen Char auf dem PTR rüberkopieren und gucke mir die mal an. Aber ich glaube, da ist nichts drin, was ich unbedingt brauche. Das härtere, was noch zu farmen sein wird, sind hier diese Splitter. Da habe ich mir aber schon ein paar, die letzten Tage zusammengefarmt. Anima-haltige Waffenfragmente braucht man insgesamt 750 von. Ich dachte, dass das wirklich Jahre dauern wird zum Farmen, weil ich glaube, nach vier Monaten, nach Add-on-Release, und ich habe immer die Quests hier alle gemacht, hatte ich von den Dingern, glaube ich, 22 zusammen. Und ich habe jetzt mit Cordy angefangen, in Oribos mal einige Runden zu drehen. Und das geht. Wenn man immer, wenn man auf Gruppen wartet oder auf irgendwas anderes, und jetzt habe ich 565, also ihr seht, ich brauche keine 200 von den Dingern mehr. Das sind zwar immer noch wahrscheinlich zwei Stunden, vielleicht ein bisschen mehr, zwei, drei Stunden zum Farmen, aber das geht. Das Ärger werden jetzt wahrscheinlich tatsächlich die 30.000 Anima sein. Das wird wahrscheinlich ein bisschen noch dauern. Na ja, gut. Also, dann habe ich jetzt noch einen kleinen Auftrag. 52.500 Anima, abzüglich dessen, was ich jetzt quasi mit dem hier noch rumliegen habe. Das sind ja auch noch 600. Also, ich brauche noch 52.000 Anima. Und dann haben wir alles von den Nekolords und somit den ersten Covenant komplett durch. Und ja, dann würde ich sagen, soll es das für die Folge gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, packt die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns dann in einer Woche wieder. Und da gibt es dann quasi wieder ein Update, was wir die Woche gefarmt haben. Und wir nehmen uns den nächsten Covenant vor. Ich habe natürlich auch bei den Twings ordentlich gefarmt. Und ja, auch die anderen Covenants sind gut mit Anima bestückt. Da können wir uns bestimmt auch das eine oder andere kaufen. Und ja, wenn ihr wollt, schaut ihr gerne wieder rein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.